wir schnitt so wieder so ein vieh an also ja komm mal hab ich doch gesagt ja ja die klappe komm her jetzt komm doch her du kannst dich durch den boden du trottel na komm sehr schön oh nein okay egal ich habe das vieh bezieht da ist es gut es bricht noch eins aus willst du mich verarschen alter nein brechen jetzt alle aus oder was okay das ist echt ekelhaft gerade die hintergrundgeräusche noch dieses herzklopfen die ganze zeit und so dieses summen ein bisschen also so habe ich mir atlantis eindeutig nicht vorgestellt selbst der boden hier oben ist einfach aus so fleisch dingern gemacht so geht es dann lang haben wir irgendwie ein schalter oder so sehr schön jetzt geht die tür auf sehr schön zu einem weiteren schalter welcher wahrscheinlich dann dahinten die tür öffnet zu einem weiteren schalter ah ne guck mal jetzt geht sie sogar weiter sehr schön wahrscheinlich runter zu einem schalter ich sehe es schon kommen ich werde den schalter auf jeden fall bekommen ah siehst du das habe ich gesagt runter zu einem schalter die tür ist offen wo geht es hier lang wer geht es jetzt raus okay komm letzter bericht aus sind wir doch alle schon kommen boom ich kann auch schießen alter was soll das denn und können ja alles schießen die finde ich echt asozial dass er sich hier wöchern muss ich meine schon an der hier ist sie das ist ein blödes ding ich dachte gerade ich hatte mir die pflektive anbarn gesehen aber nehm leider nicht da habe ich noch so ein vieh gesehen gott was hat die denn hier gemacht also hui nein nicht laden ich werde da oben scheinbar noch in ruhe zu lassen ja die sind doch eingefroren okay die falle sehe ich bis hier hin ah jetzt hört sie auf sobald ich drin bin hört sie auf cool hallo da werden wir gleich wieder was ausbrechen ich warte 1000 euro darum dass gleich das ding rum aufbrechen wird ja okay ich bin drei vorbeigesprungen aber ich hatte recht habe ich gespeichert hier drin nein habe ich nicht natürlich nicht warum sollte ich auch es wäre zu einfach so jetzt bitte einmal hier drinnen speichern und vor allem ich gehe da nicht hin weil die tür bringt mir eh nichts obwohl na ich glaube ich das ding muss ich soll ich vielleicht mal vorher auslösen das fiel da unten ob ich das in ruhe lässt na ich komme nicht dran also ich komme schon dran aber ich springe nicht früh genug äh nicht springe genug meine ich jetzt bin ich nicht gesprungen oh komm schon okay nehmen wir den regulären weg gehen zur kante meinen sprung zurück und rennen vor jetzt dürft ihr selber richtig springen jo so haben wir plötzlich noch ein bisschen stecken wo ist das wie neben wahrscheinlich ist gleich ja da ist es aua egal medipack beim hauen ist das gut so einmal speichern yes so ja also speichern habe ich schon alles gut ich wollte gerade noch mal speichern aber das ist glaube ich nicht notwendig so einmal hier rein da ist ein schalter tür geht auf sehr schön und ich kann hier nicht hoch denn ich will hier nicht runterfallen die geburtzimmolisten sind sehr schön komm ich mit dem einfachen sprung darüber jo alles gut so hier bin ich wieder zu unsicher dann möchte ich ja so hui okay okay durch da das wird ja nicht so schwer was ist denn hier Ja. Hm. Okay. Das wird ja nicht so schwer werden. Dann müssen wir wieder auf der Pyramide rumspringen. Sag dir auch, dann kam ein Stein runter. Ihr Arschis, ey. Das war aber irgendwie so ein bisschen zu erwarten. Als ich gerade... Das war nicht geplant, aber egal. Als ich gerade... Hingesprungen bin, dachte ich mir so... Oh, da kommt doch bestimmt was. Und dann kam es. So, hoffentlich kriege ich das Ganze auch wieder so gut hin, wie gerade. Ich muss echt aufpassen, dass ich das nicht ständig mache. So, easy going. Ich will speichern und mache aus Versehen Laden. Ich meine, gut, das ist natürlich besser, als statt zu laden speichern. Weil das hatte ich natürlich auch schon mal. Und stell dir mal vor, du bist in der... Fällst gerade irgendwo runter oder so und dann speicherst du aus Versehen, anstatt zu laden. Dann hast du verkackt. Weil dann kannst du das komplette... Kannst du komplett bis dahin spielen. Oh nein. Oh Gott. Äh... Ja. Sie ist da runtergefallen, hat sie nach oben geportet und ist dann oben an nichts erdeutscht worden. Finde ich gut. Sehr schön. Okay. Und der Letzte wird wahrscheinlich auch wieder eine Kugel runterkommen, aber da können wir einfach dran vorbeispringen. Ah ne, keine Kugel kommen. Ach ja, ist klar. Dann ist alles gut. Wie komme ich jetzt da rüber? Schaffe ich den Sprung? Ne, oder? Wenn du mir jetzt sagst, dass es da unten irgendwie ein Wasser oder so in den Schalter gibt, dann muss ich leider ausrasten. Schaffe ich den Sprung echt? Ah ja, schaffe ich echt. Cool. Hier ist eine verschlossene Tür. Und hier geht's hoch. Sehr schön. Hallo. Da ist ein Schalter. Sehr schön. Hat was ausgelöst? Äh. Achso, er hat das Wasser gesteigert. Bei euch. Ne. Was hat er gemacht? Wofür war dieser Schalter? Hä? Mega sinnlos? Es ist mir so traurig, wenn so manchmal... Manche... Ja. Geil. Okay, jetzt können wir gleich mal gucken, ob es den Wasserspiegel gesteigert hat. Und... Nein, hat es nicht. Ähm. Es ist natürlich ein bisschen traurig. Manchmal wird angezeigt, was der Schalter bringt. Dann ist es meistens aber auch von vornherein schon offensichtlich. Und manchmal ist es halt einfach komplett... Also keine Ahnung, du hörst auch nichts. Und es wird auch nicht gezeigt, wo was passiert. Und du denkst dir so, hm, cool, was ist denn gerade passiert? Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Geht jetzt die Tür vielleicht auf? Ne. Dann was hat dieser Schalter gebracht? Ist hier irgendwas Besonderes passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Ich geh mal ins Wasser. Ob hier irgendwas Besonderes ist? Nee, ist auch nix. Hä? Was ist denn passiert? Ach doch. Äh, es war so klar, dass ich unten im Wasser ein Schalter ist. Ich wusste es. Was hat mir das jetzt ge... Du blödes Mist, ey. Kann ich hier nicht stehen? Komm schon. Sag, dass ich hier stehen kann. Bitte. Nein. Oh. Ah, ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Aber gut, egal. Zumindest sind die Kugeln weg. Das ist ja zumindest ein Vorteil. Zumindest hoffe ich, dass die Kugeln weg sind. Ich weiß immer noch nicht, was der andere Schalter gebracht hat. Ich habe absolut keine Ahnung. Vielleicht war das Wasser echt ein bisschen tiefer. Und ich wäre nicht an den Schalter angekommen. Das könnte sein. Oder es hat einfach im Endeffekt echt nichts gebraucht. Ich weiß es nicht. Das ist nicht dein Ernst. Das Scheißteil ist zeitgesteuert. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? Oh nein. Seriously? Als ob ich da irgendjemand Zeit für hätte. Oh geil. Na dann, los geht's. Ja, supi. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Oh Gott, ich bin sein Trott. Ja, direkt. Ja, dann. Aber ich habe... Habe ich gespeichert? Ich habe gar nicht gespeichert. Warte kurz, bis das zugeht. Das schaffe ich nämlich niemals noch. Äh, das ist doch frustrierend. Na komm. Geh zu. Tür. Go. Danke. Okay, jetzt stelle ich mich da vor. Speichere. Und dann kann ich es nämlich gleich, falls es verkackte Geld, wieder machen. Wie die Musik immer nach dem Speichern aufhört. Voll traurig. Jetzt kannst du wieder. Okay, nicht, dass ich sie vermisst hätte, aber es ist doch irgendwie angenehmer, wenn irgendwas überhaupt mit mir drin passiert. Und es nicht alles so ruhig ist. Okay, man hat aber doch relativ viel Zeit. Man muss halt nur aufpassen, was man macht. Geh ich dann vorbei? Ne, ich bin alles gut. Oh, das ist gut. Nein, nicht mehr rutschen. Was war das denn gerade? Hallo. Ich bin da. So. Die Tür geht immer noch nicht auf. Ich weiß nicht, was die gebracht hat. Wahrscheinlich muss man ja echt später so fliehen und dann geht man die Map nochmal durch und dann geht die Tür da auf. Jetzt muss ich nicht in den Schalter rankommen. Das ist ja ein bisschen unmöglich. Da, äh, gehe ich dann mal noch nicht lang. Der Schalter hängt leider an der Wand. Da kann ich leider nicht kommen. Oh, nein. Ja, damit habe ich gerechnet. Irgendwie habe ich damit echt gerechnet. Ich spreche aber doch mal. Okay. Hm. Da will ich nicht nochmal reinfallen. Dann gehe ich hier hoch. Wollen wir doch mal schauen, ob wir den Nadler endlich erreichen. In nicht allzu langer Zeit. Das ist doch... Ah, komm mal hier. Ein bisschen Schroffeln-Munition. Sehr schön. Ich glaube, die können wir auch ganz gut gebrauchen, denn ich habe ein bisschen Angst vor dem Kampf gegen... Äh, Nadler wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Beziehungsweise generell den Endkampf, so. Die Monster hier sind uns ja schon nicht so angenehm. Oh mein Gott. Ja. Gut, dass ich da schon durchgerannt bin. Heilige Scheiße, habe ich mich gerade erschrocken. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Oh mein Gott, du willst mich doch verarschen. Du Drecksteil! Was soll ich denn machen? Hinter mir ist einfach alles zu. Oh Mann. Oh. Warte. Nö, das ist... Mist, viel lasse ich mich doch nicht töten, Alter. Nö. Der wird richtig dafür wüßen, dass er mich gerade umgebracht hat. Oh Gott. Ich meine, ich hätte ja nicht mal was machen können. Ich hätte ja nicht rückwärts rennen können oder so, weil da war nun mal die Stachelwand. Und ich kann wohl schlecht einfach durch die Stachelwand rennen. So, wir bekommen nicht umsonst schruttelnde Munition. Die würde ich jetzt auch einsetzen. Der wird sterben, ey. Der wird sowas von sterben. Das würde ich ihm auf jeden Fall... ...richtig schön zurückgeben. Hallo? Ach guck mal, das aktiviert er erst, wenn ich durch bin. Das ist das Ding. Okay. Wo bist du, Mistvieh? Nice. Jetzt zieht er nicht auf ihn, wenn er direkt über ihr ist. Warte. So. Mistvieh ist tot. Sehr schön. Wir merken, wir müssen uns wieder ausrüsten. Simulation, sehr schön. Hier nach vorne. Das ist ganz kurz, was wir schon checken. Ähm, alles klar. Okay. Sehr schön. Alles klar. Shit. Okay. Oh nein. Da kommen jetzt wieder fünf mehr Viecher von denen, oder? Okay. Oh ja.